Hallo, wir sind Anna-Maria und Jinka von der Klima-Challenge und wir haben dich mit dem Klimafasten 2017 durch eine möglichst klimafreundliche Fastenzeit begleitet. Mit Selbstversuchen und interessanten Kurzvideos, weiteren Fundstücken aus dem Netz und Veranstaltungstipps und weiteren spannenden Infos. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Und jetzt brauchen wir deine Unterstützung für eine weitere tolle Aktion in dem Projekt, denn für jeden Tag, den du klimagefastet hast, gibt es Klimapunkte. Insofern verrate uns, was du an wie vielen Tagen gefastet hast. Und wenn wir es schaffen, 400.000 Punkte zu erreichen, dann tritt der niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel bei der Ideen-Expo in einem Poetry-Slam auf. Insofern hilft uns, dass diese ungewöhnliche, besondere Aktion realisiert werden kann. Dabei kannst du zusätzlich ziemlich gute Preise gewinnen. Und zwar einen Bahnguttein mit 20 Euro zum Beispiel. Oder einen Coffee-to-go-Becher. Diese schicke Tasche mit Fahrradreifen. Oder unseren beliebten Klima-Tourenbeutel. Und viele andere Preise. Ja, und so kannst du Punkte sammeln. Wir haben dir dafür ein möglichst einfaches Formular vorbereitet, das du in zwei Minuten ausfüllen kannst. Den Link findest du unten. Wenn du uns dann noch fünf weitere Mietendenzeiten schenken magst, werden wir sehr erfreut, wenn du uns im Evaluationsbogen verrätst, wie das Klimafasten für dich war. Den Link findest du auch unten. Ja, wir hoffen, dass du mitmachst. Wir würden uns freuen. Vielen Dank. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal.